Weißt du, was ich hier gerade mache? Ja, Baumi, du schreibst das in das berühmt-berüchtigte Death Note rein. Wen schreibst du denn da rein? Alle, die momentan kommentiert haben. Oh. Weißt du, was ich damit machen werde? Was machst du denn damit? Ich gebe dir jetzt einen Korb. Nach diesem äußerst verstörenden Intro möchten wir Sie bitten, bitte, sich zurückzulehnen und zu genießen. Denn jetzt geht es los mit einer neuen Folge Reaction. Die Notausgänge sind da oben oder alt F4. Also, in welchen Fodom hast du die Schule geklaut? Wreck it! Fang an. Komm, wir folgen dich von dir. Evergaste. Oh, shit. Nackt. Ich wollte gerade sagen, war die nackig, Alter. Ich glaube, die war minimal. Oh, Gott. Ich glaube, da ist jemand. Oh, shit, Alter. Oh, Gott. Massiv. Wirklich. Ich dachte, das ist meine größte Angst, dass du so konfrontiert hast. Ich habe mir auch. Habe mir jetzt noch übergebe. Ich meine, dass ich mich wirklich habe. Ach so, an der zweiten Stelle. Ja, ich auch. Oh, shit. Ich natürlich auch. Was denkst du dir in dem Moment? Gar nicht. Meine Musik. Nee, warte mal. Das Hunde hat mir die Hose an. Ja. Ja. Das ist ein Dailon. Also. Hey. Hey. Oh, das war echt schnell, Alter. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh, Alter. Aber auch sogar das Wort, das Wort gesichert hier. Ja, ja. Oh, oh. Und den Sand unter den Nächsten ziehen wir aufschicken. Oh, den kenne ich schon. Und, zack, oder? Alter, was hast du da jetzt weggezogen? Ja, nach der Kurve mal kurz schnell angefangen. Ja, aber da ist irgendwas weggeflogen. Und er zieht halt weiter. Egal. Oh Gott, nein. Oh nein. Oh, Hannes! Der fließt mal heran in dein Trinkes! Oh, ich meinte der Pornen. Der Fluss. Auch gerne. Wenn ich groß den Bein im Anschluss. Oh Gott, würde ich mich mit Füßen verlochen. Macht er ja. Das ist einfach lustig, weil er dicker ist. Das ist einfach viel lustiger, weil er ein bisschen stärker ist. Entschuldigung. Oh, jetzt hast du ihn nicht gesehen. Aber ich war lustig, weil ich seh ihn nicht. Der ist einfach dagegen. Das ist aber einfach okay. Es gibt immer diese Gegenstände, gegen die man immer einfach mal läuft. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich wollte bitte mal machen, dass ich das nicht gesehen habe. Ich hab vorher warten an mich, mein Mann. Ich hab vorher warten an mich. 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 Ach boi. Du, da ist aber alles besser. Besser als es. Der sich ist groß, hier hochkommen können. Damit habe ich auch wieder. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Und nochmal. Wie kommt man da jetzt wieder zurück? Wie kommt man da jetzt wieder zurück? Entschuldigung. Kann du schau mal raus? Alter, Geisterfahrer. Fuck you. Sorry. Fuck you. Ja, aber trotzdem, was der Fahrer macht das auch nicht. Weil ich war ja. Weil der jetzt wartet. Der fährt und vielleicht einer gegen ihn. Jetzt vorne blämmst du einen da. Oh shit, Alter. Darauf hat er gewartet. Ich frag mich, weil manche Leute wirklich nicht mal alt sind. Es ist nur, dass sie so alt sind und das nicht checken. Sondern es sind wirklich teilweise junge Leute. Danach eine Hunde in der Hose. Das ist gerade zu viel für meinen Kopf. Die haben gerade, weißt du, Familie verloren. Jetzt kommt eine Hunde in der Hose. Aber das muss natürlich schon ein bisschen oft. Aber kennst du nicht die Hosenbühne? Voll mit Booty am Start. Ja. Oh, klippes Geräusch. Bitte noch einen. Komm ins Gesicht. Jawoll. Nice, Kleiner. Nice. So ist das. So ist mein Kleiner. Legenbogenhosen. 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 Ja. Habt ihr das gesehen? Sie hat einfach... ...sneezet auf mich. Lass uns sie nennen. Das war nicht genau so. Mein Freund war schön angespuckt. Das ist zu krall. Nice Moose. Was ist los? Okay. Ich glaube, wenn du erst mal legst, hab ich jetzt Schmerzen? Ja, ich hab Schmerzen. Oh Gott. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Oh! Ahau! 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 Die andere volle Füße in Space. Ja. Okay. Jo. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ach du Scheiße! Alter! Du weißt, wie schnell der ist? Oh Gott, einfach jetzt. Oh Gott! Wie schnell der gewesen sein muss, ne? Wie schnell der gewesen sein muss, ne? Ja. Oh Gott! Kurva! 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 Kurva, oder? Ahau! Wie kann man das auf so einem Platz, auf so einem engen Feld? Und weg! Was habe ich dazu? Kurva! Aber nur weil es cool war! Was zur Hölle! Man, they're excited! Äh, ja. Und dann passierte es, dass sie... wird bei der Nasen zuerst. AAH! Mit der Nasen zuerst! Ah! Nächste noch Borschen, diesen! Jetzt noch Borschen. Haha! Fass hoch! Jetzt... Jetzt mal ehrlich brauche. . Come on man, et while, man be a real F***, just let him move his F*** come on bro alright, look at Das Team hed及 er fällt einem weiter für einen harter Baum anる sued arikkkkkkkkkkk Kiri! Kiri, Kiri, Kiri! Oh! Oh! Das macht einfach ganz klar! Kiri, Kiri, Kiri! Kiri, Kiri! Aber meinst du hast mich angeschleckt? Hässlich fein! Ich bin jetzt am... Ich dachte, du gönst mir jetzt ne Watsche! Also das war's für diese Woche und schaltet uns das nächste Mal wieder ein und abonnieren und liken nicht vergessen! Haut rein, ihr kleinen Batzen! Ciao!